Nachdenkseiten Die kritische Website Wer solche Künstler hat, braucht keine Mitläufer mehr. Von Tobias Riegel Die Anpassung weiter Teile der Kulturszene bei zentralen Themen ist beschämend, etwa bei Krieg, Wirtschaftskrieg, Corona, soziale Fragen. Zum Verhalten während der Corona-Politik hat Jens Fischer-Rothrian aktuell Herbert Grönemeyer einen offenen Brief geschrieben. Dass auch zahlreiche Künstler bei der Hetze gegen Andersdenkende mitgemacht haben, bleibt erschütternd. Die sonst oft eingenommene Pose der künstlerischen Superdemokraten wirkt dadurch lächerlich. Und Einsicht ist nicht zu beobachten. Im Gegenteil. Bezüglich Corona herrscht Schweigen. Bezüglich des Ukraine-Kriegs wiederholt sich das unterwürfige Verhalten in der Kulturszene. Gleich zu Beginn soll betont werden. Es gibt natürlich unangepasste Ausnahmen in der hiesigen Kulturszene. Ihr Mut ist umso mehr zu würdigen. Etwa die Beiträge von Lisa Fitz. Auch Serdar Sumuncu hat kürzlich mit eigenen Gedanken zum Ukraine-Krieg auf sich aufmerksam gemacht. Michael Hatzios konnte ebenfalls bereits als gedanklich eigenständig auffallen. Früher hätte man in dieser Reihe auch die Anstalt erwähnt, etwa wegen Beiträgen wie einem verlinkten. Es gibt sicher weitere positive Ausnahmen, etwa in der momentan beim Thema Krieg und Wirtschaftskrieg weitgehend versagenden TV-Kabarettkultur. Auch in der giftigen Stimmung der Corona-Kampagne war es sehr hoch einzuschätzen, wenn sich Kulturschaffende nicht einschüchtern ließen. Darum soll an dieser Stelle nochmals die besondere Hochachtung gegenüber den Machern von alles dicht machen und alles auf den Tisch ausgedrückt werden. Danke an Dietrich Brüggemann, Volker Bruch, Miriam Stein, Maxim Mehmet, Diana Parashiva und an die vielen anderen Beteiligten. Es gab und gibt sie also, die engagierten Ausnahmen und selbstverständlich viele weitere engagierte Kulturschaffende verschiedenster Genres, die hier nicht namentlich erwähnt werden. Einige Beispiele haben wir etwa in der Liste Musik und Politik verlinkt. Leider sind die Gegenpole in der erdrückenden Mehrheit. Prominente Künstler, die sich etwa voll für die Impfkampagne einspannen ließen und dadurch indirekt die damit verbundenen gesellschaftlichen Spaltungsvorhaben gerechtfertigt haben oder jene zahlreichen Künstler, die jetzt zum Russen-Hass des politisch-medialen Mainstreams schweigen oder ihn gar aktiv befeuern. Ein aktueller offener Brief des Lyrikers und Musikers Jens Fischer-Rodrian an Herbert Grönemeyer erinnert vor allem an die Corona-Zeit, geht aber auch auf den Ukraine-Krieg ein. Der Brief findet sich im Wortlauf auf der verlinkten Internetseite von Paul Brandenburg. Rodrian schreibt unter anderem darin, Herr Grönemeyer, ich denke, man sollte Fehleinschätzungen eingestehen und korrigieren. Ich appelliere an Ihr Herz, Ihren Verstand und an Ihr Gespür für Fairness. Ich appelliere an den Mensch, Grönemeyer. Bauen Sie Brücken, gehen Sie in den Dialog. Eine Entschuldigung bei den Ungeimpften ist überfällig. Einige davon sind oder waren Ihre Fans. Zitat Ende Es gibt bestimmt psychologische Erklärungsversuche für das verantwortungslose Schweigen von Mitläufern. Mir ist die Motivation hinter der Untätigkeit aber mittlerweile egal. Mir fällt es angesichts des Wegduckens zusätzlich schwer zu vergessen, dass viele Kultureinrichtungen und die dort auftretenden Künstler die Kampagne für eine schockierende Politik der Ausgrenzung gemacht haben. Das hat auch inhaltliche Auswirkungen, etwa auf die Rezeption aktueller Inszenierungen kritischer Theaterstücke. Die mutigen Phrasen von Demokratie, Grundrechten und Widerstand, die bis 2019 von deutschen Bühnen schalten, klingen plötzlich ganz schal nach Schönwetterdemokraten. Auch und gerade wegen des schwachen Verhaltens vieler Kulturschaffender in den Momenten, in denen es wirklich gesellschaftlich darauf ankam. Kriegsverlängernde Kabarettisten Künstler, die kritiklos die Regierungsposition verstärken, sind in meinen Augen Hofnarren. Besonders deutlich wird diese Rolle bei den hiesigen TV-Satirikern, Sarah Bosetti Browser Ballot, Extra 3 Heute Show, Jan Böhmermann, Florian Schröder und so weiter. Die deutschen TV-Comedians stehen fast wie ein Mann hinter der Bundesregierung und ihrer den Krieg und das Leid der ukrainischen Zivilisten potenziell verlängernden Ukraine-Politik. Die Verstärkung des offiziellen Kurses mithilfe von Kraftausdrücken ist keine Satire. Wie wir verlinkt beschrieben haben, muss sich Satire vornehmlich gegen Fehltritte von mächtigen Akteuren richten. Und nur dann darf sie alles. Wer aber gemeinsam mit Regierung und großen Medien gegen die im Meinungskampf bereits schwer benachteiligte Friedensbewegung nachtritt, der macht Propaganda keine Satire. Prominente Künstler sind nicht grundsätzlich berufen, die Politik zu erklären. Prominenz allein verleiht noch keinen Weitblick und keine Weisheit. Ausnahmen bestätigen die Regel. Künstler sind auch nicht grundsätzlich aufgefordert, sich öffentlich-politisch zu positionieren. Die Wahl einer weltabgewandten und vor allem der Kreativität verpflichteten Künstlerexistenz ist meiner Meinung nach zu akzeptieren. Wenn Sie keine pseudo-engagierten Posen einnehmen, dann ist ein Schweigen von Künstlern zur Politik meiner Meinung nach zu akzeptieren. Aber wenn Sie einerseits bei politischem schönen Wetter doch Ihre kritischen Phrasen dreschen, aber andererseits in besonders kritischen Situationen wie Corona oder Wirtschaftskrieg verstummen oder in den Chor einstimmen, dann finde ich das fragwürdig. Viele Künstler lieben Kriegspropaganda In dem offenen Brief geht Rotrian auch auf den Ukraine-Krieg ein und wünscht eine neue Friedensbewegung. Doch auch bei diesem Thema ist das Verhalten zahlreicher Künstler von opportunistischer Anpassung geprägt. Die aktuelle Unterwerfung des Filmfestivals Berlinale unter die Kriegspropaganda wird verlinkt beschrieben. Zitat Auch Teile der Literaturszene haben sich völlig angepasst, wie sich etwa die kürzliche Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an ein rassistisches, antirussisches Pamphlet deutlich gemacht hat. Zu dem Vorgang hatten wir geschrieben Zitat Ende Dass es im Zuge zensorischer Cancel Culture nicht die AfD oder Viktor Orban sind, die aktuell die Kultur von schädlichen Einflüssen säubern wollen, wird in zwei weiteren verlinkten Artikeln beschrieben. Dieses Bestreben kommt demnach von Leuten, die sich in einer grotesken Selbstbeschreibung als Links darstellen. Und das, obwohl sie bei ihren Vorstößen gegen unliebsame Künstler teils rassistische und oder politische Kriterien anlegen. Corona Gute Künstler, Böse Künstler Nochmals zu dem Verhalten prominenter Künstler während der Corona-Politik. Im Artikel Corona-Kritik, gute Künstler, böse Künstler hatten wir beschrieben, wie der Deutschlandfunk in einem inzwischen verschwundenen Beitrag Listen von Künstlern angefertigt hat. Auf der einen Seite die Querdenker wie Nena etc., auf der anderen Seite die Positivliste. Als aufrechte künstlerische Verteidiger der Regierungslinie wurde etwa Kerstin Ott genannt. Außerdem werden positiv erwähnt der Sänger Bosse, weil er es wahnsinnig verantwortungslos findet, dass sich Stars wie Nena nicht an die geltenden Regeln halten. Peter Maffay habe laut Deutschlandfunk gesagt, Leute, die Corona leugneten, schaden der Gesellschaft. Und der Rapper Bushido werde vom Deutschlandfunk erwähnt, weil er sich die sogenannten Corona-Leugner vorknüpfte. Man hätte diese Liste der braven Künstler laut dem Artikel noch erheblich verlängern können. Unter dem Stichwort Impfen schützt hatten einige Veranstalter und Künstler dafür geworben, sich impfen zu lassen. Mit dabei waren Bands wie Die Toten Hosen, Beatstakes, Talkotronic, Element of Crime, Isolation Berlin und Silbermond, die mit der Beteiligung an der Kampagne auch die durch die Corona-Politik und die aggressive Impfkampagne hervorgerufenen gesellschaftlichen Verwerfungen indirekt gerechtfertigt haben. Auch die Band Die Ärzte gliederte sich auf ihrer Website voll in die dominante offizielle Darstellung ein. In einer Band-Mitteilung sollte wohl die Schockwirkung mit Formulierungen wie qualvollem Ersticken erzielt werden. Die Zukunft der Kultur wurde vom Impffortschritt abhängig gemacht. Ebenso war das Impfen laut Die Ärzte ganz Regierungslinie Voraussetzung für normale Bedingungen und dafür, dass das Leben weitergeht. Im Artikel Künstler und Corona-Kritik, wo seid ihr alle hin, beschreiben wir, dass das Schweigen vieler Künstler bei der Kritik an der Corona-Politik das ohnehin verbreitete Gefühl der Verlassenheit bei vielen Bürgern nochmals verstärkt hat. Zum anderen begnügen sich viele Kulturschaffende nicht mit einem Schweigen, sondern forderten gar eine Verschärfung der auf fragwürdiger Datenbasis ausgerufenen Lockdown-Politik. So befinden sich unter den Erstunterzeichnern bei der extrem fragwürdigen Initiative Zero-Covid auch viele prominente bildende Künstler, Autoren oder Filmemacher. Und auch der Deutsche Kulturrat verteidigte im Januar 2021 die Verlängerung des Lockdowns und übernahm dafür eine unseriöse Datenbasis. Zitat Zitat Ende Einige hier geschilderte Phänomene waren auch schon vor dem Ukraine- und Wirtschaftskrieg und vor Corona zu beobachten. Eine Missachtung der sozialen Fragen durch Teile des Kulturbetriebs, etwa verdingt beschrieben, wurde schon lange deutlich. Auch sind Teile der deutschen Kulturszene schon früher als Verteidiger einer offiziellen Politik in Erscheinung getreten. Zudem wurde bereits vor Corona immer wieder kulturelle Meinungsmache im Sinne einer westlichen Geopolitik betrieben. Durch die in diesem Artikel geschilderten Handlungen haben in meinen Augen weite Teile der deutschen Kulturszene vorerst die gesellschaftliche Relevanz verloren. Wer sich, wenn es darauf ankommt, so anbiedert, verhält sich wie ein Schönwetterdemokrat. Vielleicht liegt die Hoffnung für eine Wiedererlangung gesellschaftlicher Relevanz auf deutschen Bühnen in der Kleinkunst, wie uns kürzlich unser als Kleinkünstler aktiver Leser Boris Steinberg geschrieben hat. Zitat Wie auch schon in den frühen 90ern kommen aktuell die meisten kritischen Stimmen der Kultur aus der Kleinkunst und der Zukunft der Liedermacher. Es wird noch eine längere Weide dauern, bis sich die allseits bekannten Kollegen aus Musik, Theater, Film und Literatur kritischer äußern werden, zu welchem Thema in dieser Zeit des Wahns auch immer, umso wichtiger, dass wir Kleinkünstler präsent sind und noch stärker in Erscheinung treten, was nicht gerade leichter wird. Zitat Ende Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.